Ich warte auf den Moment, wo ich einfach so voll bin, dass nix mehr geht. So weißt du? Wasser ist ein Grundrecht, ja klar. Und für alle, ich teile das. Immer. Ich bin voll der teilende Typ. Oh, da ist ein Gegner. Hin da! Hallo, moin, moin. Ich hätte mal eine Frage. Bamm. Ich habe ein Fragment gekriegt, dir vorlegen. So, ist da noch irgendwo einer? Ich sehe gerade keinen auf Entfernung, aber das wird schon. Ich teile meine Feinde auch. Ja, so ist das. Kann ich hier jetzt mittlerweile mal irgendwas machen? Stein, Pflanzenfaser. Sechs Fragmente müssen wir dafür ausgeben. Dann kann ich so eine Small-Test bauen. Das will ich auf jeden Fall machen. Ich habe aber... Ach so, warte mal kurz. Ich habe nur ein Fragment, glaube ich, jetzt gerade dabei. Ähm... Habe ich hier... Habe ich hier... Hier habe ich auch... Habe ich irgendwie Fragmente verloren? Ach, ich habe was geforscht, na? Sollen wir dann mal das nehmen wir mit? Sperk? Ja. Kann ich mir den Rupofels ausleihen? Klar. Ich gebe immer alles her. Brauchst nicht fragen. Einfach hingenehm. Alles klar. Ich teile alles. Das Sozialzwerg, weißt du? Und was brauchen wir dafür hier? Pflanzenfaser. Na gut, dann gehe ich mal Pflanzenfaser holen. Am Hookdowner-Feeling. Ja, ich... Weißt du, alles für die... Alles für den Clan, ja? Wenn jemand was braucht, soll er es einfach nehmen. Das ist einfacher für alle Beteiligten. Weil da muss niemand doof rumstehen und warten, ne? Ob er was kriegen kann oder nicht. Sondern das ist dann einfach für alle easy. Ne? Und wenn einer was braucht, dann einfach gönnen. Ey, guck mal, da ist ein Kumpel. Hallo, moin, moin. Ich schuldige sie mal am größten Weg zur Tanke. So ein unhöflicher Typ. Ist das meiner? Ne. Da ist meiner. Laden wir mal hier. Hookdowner-Feeling ist bestimmt nicht lizenzfrei. Ach, mein falscher Walker. Ähm, da ist er. Die müssten wir irgendwie einfärben können. Ich finde meinen Walker immer nicht. Ich, äh, den Song, im Übrigen, Hooked on a Feeling, mag ich total gerne. I'm tired of believing. Entschuldigung. So, Chat. Okay, wir haben zwei Fragmente wieder. Ich bin nämlich gerne der Kampfzwerg. Aktuell. So, ähm, ich soll ja diesen, mit diesen Hookling-Dings da bauen. Den kann ich bestimmt irgendwie ausrüsten, ha? Nein. Den muss ich hier irgendwie... Ach so, den habe ich schon ausgerüstet. Nein. Gut. Und jetzt? C. Ausrüstung. Erntebeutel kann ich nur nicht. Oder was? Left alt. Okay. Ah, da kannst du filtern sogar. Nein. Ich muss... Irgendwann, irgendwann... Irgendwann kommt Bigfoot und haut dem Zwerg die Huge voll. Ich glaube nicht. Slot bei Tod geschützt. Ach, guck mal an. Sind auch Slots nochmal geschützt. Da kann ich es aber nicht ausrüsten. Ich glaube, ich habe den schon ausgerüstet. Kann das sein, Chat? Jetzt habe ich ihn ausgerüstet. Okay. Okay. Und jetzt? Okay. Aufwickeln, halte eh. Ach so. Okay, pass auf. Obacht. Ich bin unbesiegbar. Oh no. Okay. Okay, also man kann auch super einfach abstürzen damit. Kanten erklimmern. Erklimmen. Alter, der ist jetzt voll in die Hose gehen können. Okay, pass auf. Ich probiere das jetzt nochmal. Okay. Okay, das mit dem Kanten erklimmen muss ich noch üben. Ah, okay. Mit Ausdauer ist da ein Ende, ne? Irgendwann. Okay. Das Aufklettern hier und so, das kostet halt unfassbar viel Ausdauer. Haha! Okay. Gut. Guten Abend, Mb. Grüß dich, Arzt. Du musst ihn dauerhaft ausrüsten. Okay. Okay. Ich glaube, die Gruppe bewegt sich gerade. In die Richtung. Dann gehe ich mal mit meinem Flottengefährten ein bisschen nach. Damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Ich würde dann auch mal schauen, dass wir dann irgendwann mal eine Erkundungsfahrt hier fahren. Mal schauen. Okay, das ist mit dem Haken ist voll gut. Töte einen Rufo. Okay. Da hat man noch gar nichts getan. So, jetzt schauen wir mal, was ist hier. Hier ist auf jeden Fall wieder Zeug. Das holen wir uns jetzt mal. Wir brauchen ja was zu trinken. Ab und zu, Chad. Muss man bloß gleich dann gucken. Chad, wenn einer von euch mitmacht, ja? Und, äh, im, äh, im Spiel ist, ja? Einfach kurz Bescheid sagen. Dann lade ich euch ein. Im Zweifel einfach auf dem Discord Savina Bescheid sagen, ob sie euch mal kurz einladen kann. Oh, jetzt die, uh, 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 uh. Das ist, das ist, unser, unser, unsere Axt ist kaputt. Gut. Ach, guck mal. Mit Schanz ist er schon voll dabei. Kann ich ja auch Upgrades hier machen. Ne, da fällt ein Tierhaut dafür. Und hier fällt mir auch noch zu viel dafür. Ähm, ich bewege mal unseren, 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 unseren Walker hier noch ein bisschen. Weiter nach vorne. Hier ist ja auch voll viel Zeug. Und das sind ja nur die kleinen Walker, ne? Es gibt ja viel, 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 viel größere Walker. Und da kannst du natürlich mit denen auch noch viel, 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 viel mehr machen, ne? Kumpel, ich bin hier. Das liegt dir hier drunter, oder was? Ah, dankeschön. Okay, warte mal, ich muss mal, muss mal umparken. Forschung also. Ach, guck mal. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Das ist ja cool, da kannst du auch zusammen hier ein bisschen so. Nur man muss dafür was extra herstellen, damit man die Bauern kann. Ach so. Okay. Pflanzenfaser also. Herstellen. Brauche ich an die Pflanzenfaser, aber, ne? Oder? An die Pflanzenfaser, ach so. Warte mal kurz. Ich glaube, ich checke's. Genau. Anschreiben ist immer gut. Miteinander reden ist grundsätzlich, glaube ich, auch nie verkehrt. So. Warte mal kurz. Wir müssen dafür was herstellen. Lassen wir mal was schauen gerade. Merkzeug, Rüstungen. Interaktive Objekte, Ausrüstung. Ich sehe das kommen. Wir brauchen hier definitiv noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen mehr Zeug. Pflanzenfaser, Pflanzenfaser, Werkbank. Das, da sind die Dinger. Hier, schau mal hin. Das brauchen wir noch. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch neun Fragmente brauchen wir dafür. Alter Schwede. Also da geht's richtig rund noch. Kriegst du die auch von dem Ding hier raus? Äh. Komm ich denn hier wieder raus? Achso. Na. Hallo Kumpel, bist du das? Bleib hier. Ich krieg dich. Du Schwein. Und jetzt? Die haben alle keinen Loot. Okay. Das ist nicht so cool. Okay. Ich geh mal weiter. Ich komm ja in. Ich komm nicht weiter. Ähm. Ich muss ein bisschen mal nach vorne. Weißt du, wir sind viel zu nah beieinander. Oder da kriegst du dann, ähm, hast du dann irgendwann das Problem, dass du dich gegenseitig abloot, äh, dass das Loot einfach sehr knapp wird. Das wird sicherheit später auch anders, weil dann verschiedene Sachen auch gebraucht werden. Aber jetzt versuche ich gerade mal einfach ein bisschen hier zu schauen, dass wir irgendwo nochmal so diese, diese Affen finden. Diesen Rupus. Das ist momentan mein Ziel, ist es diese Rupus zu zerlegen. Ich glaube, das ist auch ein ganz sinnvolles Ziel gerade. Den gehe ich einfach jetzt mal auf die Suche da rechts. Schaut doch aus, als wäre da einer. Ja, da ist einer. Entschuldigen Sie, junge Dame. Ich hätte mal eine Frage. Das ist ein Plünderer. Ja. Okay. Ähm. Stauraum öffnen. Kann ich hier was weglegen? Ja, ein bisschen, ne? Das kann ich weg, andersweitig weglegen. Muss mal hier ein bisschen, hier Pflanzenfaser gewöhnlich zwei. Okay. Ich kann mal ganz kurz schauen, ob wir hier hinten mal ein bisschen was reinpacken können. So, das kann man schon mal reinpacken und das da ist. Lassen wir mal. Händen ist auch noch meiner, ne? Okay, ach, zu dem kann ich auch so hinlaufen. Oder ach wohl, warum laufen? Was sollen wir alle mal in ein Rupi-Dorf gehen? Ähm. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das halt hinbekommen. Ich soll zehn Rupis töten. Und vielleicht ist das sinnvoll. Muss man halt mal... Hier ist, kommt dann nix mehr. Ich glaube, hier oben geht's halt weiter. Und da kommst du dann auch voran, irgendwann. Ich muss erstmal schauen, wo die Reise hingeht, Ted. Okay, Selvina ist da hinten. Aber zu dritt ist ja ganz gut. Ach, guck mal, das ist so ein Rupi-Dorf, oder was? Selvina kommt? Ja. Ach, warte mal. Was ist das? Sieht so metallig aus. Also metallartig. Ach, guck mal. Das ist bestimmt irgendein Metall, das man braucht später. Ich konnte hier eben drei Fragmente blindern. Oh, das ist ja cool. Ich krieg da nix raus. Nee, ich auch nicht. Okay. Da ich es wieder genommen habe. Ah, okay. Das ist nur einmal möglich. Schauen wir mal weiter. Das ist voll gut. Ach, guck mal, da ist so ein Riesen-Kaktus-Dings. Das brauch ich doch auch noch. Moment. Ha, Fragment. Check. Das Rest ist da drüben, kommen sie. Okay. Noch ein Fragment. Ja, wir brauchen neun Fragmente, sonst geht es nicht voran. Oh, ich muss auch mal bei Gelegenheit was trinken. Chat. Einer von euch ist sehr leise. Ja, das Dennis, glaube ich. Das Mikro ein bisschen leiser. Aber es geht, ne? Also man kann ihn verstehen. Wow. Okay, also mein Walker hält nicht lange, habe ich so das Gefühl, ne? Aber da steht ein Walker, ein fremder Walker. Soll ich mal vorbeigehen, ha? Das Problem habe nicht nur ich, glaube ich. Kann man umdrehen. Okay. Eigentum von The Order. Kann ich nicht umdrehen. Ich glaube, der ist verpackt, ha? Ah, dankeschön. Das ist genau die Frage. Okay. Okay. Okay, wir sind hier falsch. Wir müssen hier wieder hoch. Komm schon hoch mit ihr. War das schon noch nach dem großen, nach dem großen Sprung hier unten aus, ja? Und jetzt? War da irgendwie hin? Da hoch vielleicht. Und dann? Ach, guck mal. Ah! Guck mal an. Scheiße, Erfahrung. Schauen wir mal. Ne, das komme ich nicht hin. Nicht von der Seite, denke ich. Und der auch nicht. Schade. Ah, das ist cool. Guck mal, was du alles finden kannst hier. So, jetzt habe ich so Armschienen. Jawoll! Zwerg on Tour. Gleich mal wieder Kaktusfleisch auffüllen. Weißt du, damit jeder hier einen schönen Kaktus-Tee bekommt. Ist das meiner? Ne, das ist das. Servina? Dann muss das meiner sein. Wir haben alle gleich gebaut. Ist jetzt schwierig herauszufinden, welcher Blocker hier wem gehört. So. Kochen? Ne, Moment, ich wollte doch kochen. So, hier. Wollen wir mal ein bisschen Nachschub produzieren? Okay. So. Wie lange braucht der Download? Kommt auf die Leitung an. Also bei mir mit einer 100k-Leitung hat er so 20 Minuten gedauert. Circa. Propaganda. So ungefähr. So, wo sind wir hier gerade? Also hier will, ich will auf jeden Fall hier oben hin. Das schaut irgendwie voll geil aus. Also wenn wir jetzt hier weiter Richtung Westen erstmal. Also hier rüber. Ich sterbe. Wieso denn? Ich kriege einfach so Schaden. Ja, trinken. Äh, trinken? Geh bei mir an den Köcher hinten ran. Nein, trinken ist bei der Hälfte. Kannst bei mir. Dann Kaktusfleisch. Äh, ich hab sonst auch bei mir im Stauraum einen Verband. Musst mal schauen, ob das ist. Das hat wieder funktioniert. Ja, siehste. Der Durst treibt dich um. Nur jetzt sehe ich nur noch rot. Ja, du kannst bei mir im Stauraum, habe ich einen Verband drin liegen. Okay, ich fahre mal, ich fahre mal, oh, warte mal kurz. Das wird doch nicht etwa auch so ein Teil sein, was man noch abbauen kann. Kein Problem. Liegt alles drin, kann man sich so bedienen. Ha, guck dir das an. Jetzt habe ich, oh, ich habe auch Fragment bekommen. Acht haben wir jetzt schon, geil. Was denn? Oh, Fasern. Die sind gut. Ja, dann nimm. Ich denke mal, jeder soll schauen, dass er die Flügel kriegt. Dann gehen wir es immer schneller. Ist gut, glaube ich. Das ist gut. Das ist gut. Meine Waffe weggepackt. Das war jetzt eng hier. Ja, so sehe ich das auch. So, runter hier. Ich versuche mal ein bisschen vorzukommen. Mal schauen. Boah, das ist eine rasante Fahrt, Freunde. Was? Ach, da hinten. Das haben wir gar nicht gesehen. Was war das? Irgendwas ist da geflogen oder so. Okay, und jetzt wollte ich Richtung Norden orientiert weiter. Glaube ich, oder? Ne, ist eine andere Richtung. Hier rüber. Richtung da. Ey, das sind andere Bäume. Wo ist der Wiener? Da oben noch. Dann warten wir mal kurz. Können wir mal ganz kurz schauen. Die Faser bekommt man von den besiegenden Gegnern. Ich habe wieder zwei bekommen. Ah, super. Dann kannst du die gleich reinwerfen bei dir? Man braucht sieben. Okay. Habe es gefunden. Sieben, okay. Für einen Flügel hat es gelangt. Na, toll. Oh, Selvina. Du fährst ja wie Wilder. Bami. Wenn das jetzt Wilder hört. Oh, Dennis, da hinten ist noch so ein Aufstellding. Ja. Come on, baby. Light my fire. Okay. So. Wir sollten jetzt auf jeden Fall gucken. Ich muss da hinten das Feuer, glaube ich, ausmachen. Das ist so ein bisschen schwierig. Das ist immer anders. Wir haben jetzt nämlich mehr als genug hier abgefarmt. Lass mal ganz kurz schauen. Stauraum öffnen. Okay, da haben wir auch wieder super viel drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das eines Tages brauchen werden, das Zeug. Ähm, dann Modul Upgrades geht noch nicht. Dann packe ich hinten jetzt mal ganz kurz noch das Kaktusfleisch rein. Viel habe ich auch nicht mehr davon. Okay, wir müssen jetzt hier, wo ich jetzt bin, rechts durch, da lang. Wo sind sie alle? Da sind sie noch verteilt. Schranzt hinten und sorgt noch für den, den einen, das ist ein Ding, das Penübel, das wir da gefunden haben. Zwerg, das war die Rache dafür, dass du wieder vollgeschlagen hast. Ach so, bestimmt. Du sollst die von dir auf andere schließen. Ich warte jetzt hier an dem Durchgang, bis die anderen dann soweit sind und sammle hier in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen ein. Vielleicht finde ich ja hier auch noch den einen oder anderen Gegner. Aber hier diese Pflanzenfasern sind halt echt immer so super Wangelware bei mir. Dann kann man hier mal ein bisschen was holen. Savina ist da. Ach, sind sie beide schon. Okay, super. Dann machen wir nämlich unsere Reise, setzen wir dann fort auf unser neues Ding. Ich glaube, du kannst sogar auf andere Spieler oder zu anderen Spielern direkt reisen irgendwie, wenn du im Clan bist. Irgendwie so war das. So, pass auf. Dann müssen wir jetzt hier links uns halten, dadurch diese Schlucht. Guck mal, da oben ist irgendwas ganz Großes. Savina ist noch nicht so weit, glaube ich. Wollen wir mal ein bisschen langsamer, bis Savina nachkommt. Okay. Du wirst jetzt durch die Flügel auch schneller als sie. Ach. Ah, okay. Aber man kann die Flügel einfahren. Wie geht das? Indem man auf die Flügel guckt, dann kann man mit dem Mausrad runtergehen und dann einziehen drücken. Ah, okay, super. Ich kann das nicht. Ernten herstellen. Konstrukte verladen, benutzen. Okay. Naja, okay, das findet man schon raus. Ja, aber gut, wenn Savina jetzt hier noch unterwegs ist, dann sammle ich hier nochmal ein bisschen ein. Und ich habe da drüben auch nochmal einen freudigen Freund gefunden. Ihr könnt den Dinger auch fliegen. Nein, leider nicht, Quasselboy. Fliegen geht nicht. Aber es macht gar nichts. Es macht trotzdem mega Spaß. So, kann ich jetzt eigentlich mittlerweile das, was ich eigentlich hier machen wollte? Hier die Kiste wollte ich machen. So, habe ich noch sonst irgendwas? Also neue Waffen wären auch gut irgendwie. Ich fühle mich so unbewaffnet. Aber jetzt habe ich diesen Stauraum gedöhnt. Und das kann ich jetzt bestimmt auch bei jedem eine Kiste aufs Ding bauen. Das wäre natürlich super, auf diesen Walker so eine Kiste draufbauen bei jedem. Dann hat jeder erstmal ordentlich Stauraum. Das ist meine, oder? Erstmal schauen wir mal beim flotten Zwerg an. So, also. Man muss bestimmt bei C gehen. Oder nehmen wir... Ja, B. Behälter. Yes, okay. Das kann ich ja unten dran kleben, oder was? Nee. Aber so ist doof, oder? Irgendwie vielleicht auch mal hinbauen, dass ich da dran noch vorbeikomme. Vielleicht wäre geil. Nee, dann muss ich es mittig bauen. Okay. Und dann machen wir hier mal auch noch einen drauf. Wo ist der Wiener gerade? Da hinten noch. Gehe ich mal... Genau. So, dann gehe ich mal zu Silvina hinter. Bau ja auch noch so ein Lager oben drauf. Da hat sie das nämlich auch. Na, weil das ist ja auch cool dann. Weil man mehr Stauraum hat. Weil momentan... Also mir geht es jetzt so, ich komme langsam mit dem Stauraum an meine Kapazitätsgrenze. Ah, Silvina hat auch einen Flügel. Ich schau dir das an. Voll gut. Und hat ein... Eine Werkbank. Ach, guck an! Hab ich noch Werk... Oh, schau mal. Ich kann damit die Stoffe herstellen. Finde ich voll cool. Ja, das habe ich gerade auch gesehen. Das ist mega. Ich habe gleich was reingelegt. Ja, du brauchst halt ultra viel Pflanzenfasern. Aber damit können wir dann auch eure Flügel fertig machen. Danke. Ich habe dir mal einen Behälter hingebaut. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, ich hätte jetzt sonst gleich die Werkbank da oben drauf gesetzt. Oh, warte. Help. Oh, oh. Come in. Und jetzt? Hilfe. Das warst du. Und dann durch die Schwerkraftbewusstlos. Okay. Das ist aber nicht gut. Wasser? Eigentum von Red. Okay, da kommen wir nicht ran. Nicht ohne weiteres. Okay. Dann, ich hole mal hier noch ein bisschen Zeug ab. Vor allen Dingen aber ganz wichtig. immer Kaktusfleisch. Ich glaube, trinken ist hier so eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Und ich glaube, Kaktusfleisch kannst du nie genug haben. So, mal kurz noch mal verbinden. Weil man ja Gesundheit geht nämlich gerade im Baden. Wie viele von den Marken habe ich denn eigentlich noch? Zwei von den Fragmenten. Okay, da müssen wir nämlich mal gucken, dass ich noch mehr Fragmente zusammen bekomme. Weißt du, für das Gefühl und so. Okay, dann kann ich aber jetzt hier erstmal in diesen Container reinlagern. Zwerg, du hast doch schon das Tutorium mit dem Enterhaken gemacht, oder? Ja. Wie ist das gemeint mit dem Erklimm von Kanten? Wenn du an der Kante bist, musst du Leertaste drücken. Dann klettert er quasi hoch. Okay. Einfach an der Kante gehen und dann Leertaste drücken, wenn du genau auf der Höhe bist. Und dann klettert er drüber. Und dann kriegst du das Achievement. Danke für die Herzen. Das muss ich noch nicht machen. So, wir gehen weiter in die Richtung. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir sind richtig. Wir müssen durch das Tal hier noch durch. Das ist voll gut auch von der Performante. Ja. Habt ihr noch Pflanzenfasern? Nee. Oder ihr glaubt noch ein bisschen, aber nicht viel. Jedes bisschen hilft. Das stimmt. Naja. Klar. Braucht man den Pelz da auch für? Ähm, du kannst den Pelz zu Pflanzenfasern verarbeiten. Aber für die Stoffe brauchst du bloß Pflanzenfasern und Holz. Ich hab da doch noch ein bisschen, oder? So, hier kann man noch ein bisschen einladen. Habt ihr das da rechts gesehen? Also hinter mir? Ähm, was meinst du? Den Baum? Oder das Lager? Das Lager. Das hab ich tatsächlich gar noch nicht gesehen, ne? Ja, dann lass uns doch das Lager mal ein bisschen anschauen. Weil das kriegen wir bestimmt Fragmente her. Wahrscheinlich geh ich von aus. Okay, machen wir das. Wird das nur gespielt, wenn du streamst? Äh, du kannst das ja immer... Das ist ein öffentlicher Public-Saufer. Ähm, wenn ihr noch mehr Stoff herstellen müsst, ich hab das über den... Also über meinen Walker verladen, dann könnt ihr euch die wieder rausholen. Ah, gut, wunderbar. Jö, dann machen wir das.